Mein Job heute ist, hier im Eingang vom Querbeetgarten einmal durchzuräumen, weil hier sind am meisten von diesen Zwergiris gepflanzt und die blühen ja schon ab März. Und der Schnee hat dieses Jahr die Stauden alle runtergedrückt, dass sie fast auf dem Boden liegen. Und da tun sich so Frühjahrsblüher dann schwer mit dem Durchschieben. Manchmal ist es so eine richtige Bartschicht aus Laub- und Staudenmaterial und dann kann es auch unten drunter zu Fäulnis kommen. Deswegen räume ich jetzt hier so das grobe Zeug erstmal weg, danach noch ein bisschen die Blätter weg und dann freue ich mich jetzt schon auf die ersten Blüten hin. Wenn es so bleibt, wahrscheinlich zwei Wochen, weil das geht nämlich dann ziemlich fix. Normalerweise warten wir bis in den März fast, bis wir die Stauden zurückschneiden im Querbeetgarten. Und bei den meisten Beeten hinten machen wir das auch, vor allem auch im Schnittstaudenbereich, weil da ist kaum was umgeknickt gewesen. Hier vorne ist es jetzt tatsächlich deswegen, weil halt da so viele Frühblüher drinnen sitzen. Und wenn man da zu spät anfängt mit dem Durchräumen, macht man viel kaputt. Gerade bei den Iris ist es so, dass ja in diesen Spitzen schon die Blüte wirklich einfach mit drinnen liegt. Und wenn man da mit dem Laubrechen zum Beispiel drüber geht oder auch mit einem anderen Werkzeug, dann verletzt man die und dann hat man natürlich deutlich weniger Blüten. Und die haben sich dieses Jahr so schön oder die letzten Jahre so schön ausgebreitet, dass das schon was bringt. Und das ganze Zeug, was jetzt hier angefallen ist, das stecken wir jetzt noch hinten in die Benjeshecke rein, weil wenn da noch Insekten drinnen sein sollten, dann sollen die noch schlüpfen können. Und das können so gut, wenn die Sachen möglichst aufrecht dann noch in der Benjeshecke drinnen sind. In die Benjeshecke stecke ich die einzelnen Büsche jetzt tatsächlich so rein, dass sie einigermaßen aufrecht stehen. Weil gerade diese markhaltigen Stängel werden ganz gern besiedelt. Und das kann man auch mit den anderen Sachen machen, Königskerze und so weiter, dass man die wirklich hier schön reinsteckt. Sieht immer lustig aus und die Tiere können noch schlüpfen und andere Tiere können dann wiederum das Ganze als Versteck jetzt in der nächsten Zeit hernehmen. Schnee und Wind haben hier im Schattengarten ganz schön gewütet. Vor allem die Esche hat einen Haufen große Äste verloren. Und bevor jetzt hier auch die Stauden durchtreiben muss, zumindest das Grobzeug weg. Im Schattengarten selber darf das Laub liegen bleiben. Nur, wie gesagt, alles was so groß ist, dass man kaum mehr Stauden sieht, das muss raus. Die letzte Arbeit jetzt hier im Schattengarten ist das Zurückschneiden von der Elfenblume. Weil die Elfenblume nämlich dann so ganz, ganz zarte Blütenstände raus macht. Und die sollten nicht unter dem Laub versteckt sein, weil sonst wirken sie einfach nicht. Deswegen nehme ich hier das Laub jetzt ab. Außerdem kann ich das Laub nachher noch gut für eine Dekoration gebrauchen. Weil das, finde ich, ist schon auch sehr hübsch mit der Zeichnung. Und das ist auch sehr ledrig, das heißt, es hält auch wirklich eine ganze Weile. Sieht ziemlich dicht über dem Boden ab, dass da nicht lauter so Stummel stehen und die Blüten dann eben gut durchkommen können. Das ist auch eine Arbeit, wenn man das zu spät macht, also wenn man damit zu lang wartet. Diese Blütenstände von der Elfenblume, die kommen dann so gebogen unten raus und die sind am Anfang ganz, ganz zart. Wenn man da dann reingeht und nimmt das alte Laub weg, macht man wirklich viel kaputt. Und wenn es jetzt so warm bleibt, wie es jetzt zum Beispiel heute ist, unterm Tag, dann geht sowas auch ganz schnell. Dann ist man meistens, oder dann sind wir ab und an zu spät dran, weil wir auch nicht jeden Tag im Querbeetgarten sind. Ja, und deswegen nehme ich das jetzt einfach noch mit und dann ist die Arbeit im Schattengarten erledigt. Wer kein Video mehr verpassen möchte, der kann unseren Querbeet-YouTube-Kanal natürlich gern abonnieren. Und schaut in der ARD-Mediathek vorbei, dort gibt es noch viel mehr Videos und auch Sendungen von Querbeet.